Oh, ist das laut? Oh, Baby, das ist schon lange. Letzter, ne? Ja. Multiplayer, Server Amerika, Europa, Asien, Australien. Wir sind Australien hier, ne? Ja. Ja, ja. Okay, Voice Chat aus. Das ist aber sehr leise das Spiel, Kappa. Hi Cloud. Magst du mitspielen? Wer hat wen geklaut? Wow. Möchtest du mitspielen, Herr Cloudisches? Klar möchte er das. Äh. Genau, lokale Spieler 2. Online, Europa. Matchtyp Freunde. Machen wir jetzt mal nur Freunde. Ich bin Blut und Gedärmusseln. Wechselmodus beliebig, linear, Chaos. Oh, Chaos klingt doch nice, oder? Mach mir erstmal beliebig, um das Spiel kennenzulernen. Habs Spiel gerade gestartet, perfekt. Möchtest du denn zu uns in den Voice kommen? Nein. Bitte. Was? Du, nicht Meter Smith. Ah, hallo Meter. Nein, ich will die Olle aber nicht. Ähm. Ah, ne Waffe kann ich auch noch aussuchen. Ah, wird mir da schon ne Taucher genommen. Dann nehm ich was anderes. Ah, ne Taucher. Dann nehm ich den da. Der sieht mir auch recht ähnlich. Dann sollte es mit Keule sein. Erschrecklich. Guck dir das mal an. Erschrecklich. Hm? Reserviert Ian? Die, die, die müssen wackeln. Ja, weil der Guard beitritt. Physik. Guck mal wie die wackeln. Boom. Boah, guck mal wie alt ich hier schon bin. Alter, wie ekelhaft der aussieht. Ich würde Schokolade und Gummibärchen sehen. Guck mal Ian. Nein, nein, den will ich haben. Nein. Wieso kann Ian den nehmen? Äh, weil der Level 3 ist. Das Schweinchen hat geübt. Das Schweinchen. Ihr wisst also, was uns erwartet. Äh, ich hab, äh, ja so, keine Ahnung, ein Match oder so gegen Bots gespielt, also. Äh, so. Ich bin bereit. Arrrr. Arrrr. Also. Ich bin gespannt. Oh nein. Ich bin gegen's Kabel gekommen. Mann, sag mal was, Vasco. Oder wer? Okay. Okay, noch geht es. Scheiß Wackelkontakt. Oh. Stimmt. Der Tricksport hat retweetet. Let. So, dann lass uns mal gucken. Ich würde Blut und Gedärme sehen. Mhm. Was hast du eigentlich eingestellt? Okay, gut. Keine Ahnung, schnappt ihr alles? Ah, okay. Äh. So, irgendwie so. Wie denn? Äh, also ich kann das mit X. Ah. Hab das aber auch so eingestellt. W kann ich. Oh toll, ich bin schon gestorben. Das ist ja super. Äh. Äh. Raff ich gerade mal nicht. Hab die Brüste auch Wackelkontakt. Lauf! Ah, wir dürfen nicht runterfallen. Oh, ich hab mich selbst wegehauen. Ich hab mich denn schon wieder gestorben. Das geht doch nicht. Nein! Ich bin enttäuscht. Ja, der ihn kennt schon alles hier. Der Streber. Ja, ne? Hm. Was? Oh, das hatte ich heute noch nicht. Heute Mittag. Den kenn ich noch nicht. Aua, ich war auch, wurde vom Stein erschlagen. Das macht doch nichts. Aber hier ist doch gar nichts drunter unter den Stein. Hä? Äh. Äh. Nun. Lauf. Lass ich nicht zerquetschen. Okay. Toll. Ah! Unfair! Der ist auf mich drauf geflogen. Huch. Okay. Ah, das ist dann das Wechseln oder wie? Ja. Das ist das Wechseln. Ja, ja. Die Spiele wechseln komplett zufällig. Äh. Ach so. Wo bin ich denn? Wow. Das ist super jetzt dran. Egal wo du bist. Ach, das geht auch noch eine Stelle weiter. Ach ja. Das geht dann genau. Genau. Ich verstehe. Ich hab... Wieso... Nein, da waren doch grünen. Da war ein grüner Rubin oder was das ist. Ah fuck. Lol, direkt da und tot. Ah. 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 Ja, das ist krass. War das bei euch auch? Ja. Okay. Cool. Ich muss unbedingt nachher an der Farbe oder so. Ich find mich nie. Wieso sind bei euch Sachen unter den Steinen? Bei mir war auch nix. Oh, runterfallen. Warte, diese Geräusche sind süß, wenn man einschlägt. Sammle alles ein. Sammle alles ein. Guck mal, geht rein, das ist doch ein Level für dich. Ja, genau. Geh rein, das ist ein Level für dich. Au, bist du schlau? Hey, die Blumen sammeln. Hallo, Ian, was stimmt mit dir denn nicht? Alter, wieso geht die alle auf mich? Es gibt doch andere Spieler. Ich weiß gar nicht, welcher du bist. Ich auch nicht. Rot ist weg. Was ist das? Okay. Ich raff das Spieler nicht so ganz. Ne, so 100% verstanden habe ich auch noch nicht. Oh, stimmt. Warum bin ich wieder überrollt worden? Das kann nicht sein. Das Goldtopf, der heißt bestimmt, der mein Level ist beendet. Geh ich mal von aus. Ja. Das sind, wenn alle Spieler gestorben sind. Also außer halt einem. Ah. Oh, nein. Tot. Und die Farbigen sind dann wahrscheinlich die, die schon mal gestorben sind. Die, die so eine Geisterform haben. Was? Ich höre mich nicht, was du. Ist es mal laut? Ja. Die Laffine, sie überrollt uns. Da lebst du nur noch du, oder? Nein. Alter, es wird steinig. Dieser Weg wird kein Leichter sein. Alter, du rotes Stück Affe. Rotes Stück Affe. Affe ist tot. Na, jetzt lebst du wirklich nur noch du in dem Level, übrigens. Auf zum Schloss. Okay, ich bin gespannt. Das Spiel ist betrunken, bestimmt richtig Lust. Ich habe garantiert verloren. Wow, guck dir den Meda mal an. Ian, meinst du? Wow, ich habe verloren. Oh, wow. Gut, Ian war ja auch schon Level 3, ne? Der hat alles schon gekannt. Du bist Level 2. Ich bin jetzt gleich Level 3. Ey, mich das Mist. Wir müssen unsere Punkte zusammenführen. Das ist ein Charakter. Ja, ich habe eine neue Waffe. Den Besenstiel der Hexerei. Wie wie Bloxberg. Ich will das ja schon bringen jetzt. Was? Level 4? Ist das schon Level 3, oder was? Ich bin schon Level 3? Der Taucher ist gar nicht so schlecht. Guck mal, Cloud ist May ohne Brille. Oh, es gibt einen Wikinger jetzt. Schon mit einem Wikinger. Ja, aber ich möchte die Isis haben. Wow. Ja, ein rosa Wikinger. Das ist nice. Ich habe das auch nieder gemacht, wenn ich es auch besser sehe. Ich bin ein Wikinger. Und ich habe einen rosa Touch. Also, bleib im Licht. Ah, also wo Licht ist. Ah, im Licht. Ah, im Licht. Ah, ich bin tot. Das ist immer schwer. Scheiße, ich bin tot. Das ist nicht dort. Das ist, ich bin tot. Kann doch nicht wahr sein. Rosa oder Riot. Riot. Was? Ich habe nicht gelesen. Die hellen Steine kannst du kaputt machen und du sollst nicht zurückladen. Ja, aber mein Weg ist voll weit. Das ist ein bisschen nervig gerade. Hör auf zu heulen. Ich bin gar nicht. Das ist auch laut. Ne, noch nicht. Ich vergesse immer noch, wer ich bin. Ich will doch nicht direkt, wer ich nervösse. Ich komme oben gar nicht an diese Dinger dran. Ich habe irgendwas gerade gekümmt. Ne, die kommen erst dann, glaube ich, mit den Steinen runter oder so. Ah. Ah. Ey, du rosa Bengel. Ich bin eine Frau. Ja, schieb mich ruhig nach vorn. Das ist gut. Schlagze! Ich finde mich gerade super. Oh, oh. Ich sehe nichts. Der hat ja Schlagzeite, der Stein. Der hat ja Schlagzeite. Hol die nicht. Statue? Statue. Ah, lass mich. Meine. Ach, du hast die Statue. Nein. Ihr habt nichts gehört. Ja, meine Statue. Nein. Schlag die. Er hat eine Statue. Nein, habe ich nicht. Es ist meine Statue. Nein, ich bin wie so ein Spasti gestorben, Mann. Ich bin vor dem langsamsten Stein der Welt, bin ich überrollt worden. Von ihr, oder was? So, da oben. Die scheiß Bombe hat mich selbst getötet. Diese scheiß Fragezeichen. Weil es so eingestellt ist, leider. Ja, du kannst auch einstellen, dass es tatsächlich erst dann wechselt, wenn die Runde fertig ist. Geht auch. Aber ich finde, das nimmt ein bisschen Spaß raus. Bis einer heute. Ich bin noch da. Ich bin ganz hinten. Ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Wow. Da kommt ein scheiß Stein von der Seite. Alter, wow. Seriously. Ich bin der schlechteste Spieler in Maroon, das den es gibt. Ich bin hier schon tot bevor ich überhaupt eine Münze bekommen habe. Aber ich kann es euch noch schlagen. Ich probiere mal bei Rasko aus. Ja, ja, du kannst als Geist noch schlagen. Ja, schön. Wie unfair. Bleib überlegt. Du kannst in die Farce verursachen dann. Stört sich das? Ach, das geht rein. Ich bin hier. Gelb war auch nicht die richtige Farbe. Gelb sind die ganzen Münzen. Hä? Warum stirbt man hier dann? Ja, hier stirbt man gar nicht, glaube ich. Das ist... Deswegen ist das auch so ein Goldmünz gewesen. Wenn du andere trägst, kannst du den, glaube ich, die Münzen wegnehmen. Ich glaube, wenn er null Münzen hat, ne? Geil, ich habe einen Boxhandschuh. Ich habe einen Boxhandschuh. Ach, die muss man abgeben. Und ich habe eine Steuerdure. Die muss man abgeben. Ich dachte, die muss man abgeben. Was? Oh, das ist wie bei Move or Die mit der Bombe. Na toll. Ich habe die so... Die verteidigt die ganze Zeit und bin deswegen gestorben. Ach so, das ist quasi Fracht, die du auf den... Genau. Der Letzt, wenn die hochgeht, stirbst du, wenn der... Habe ich überhaupt irgendeinen Punkt? Oh. Wo muss ich denn die hingebringen? Du musst gegen einen anderen laufen. Der kriegt die dann. Wie, aber ich... Du musst gegen einen Mitspieler. Du musst die nicht verteidigen. Nein, das habe ich auch gedacht. Ernsthaft nicht? Die brennt immer mehr. Das ist wie so eine Bombe, die bald hochgeht. Ah. Und der, den die dann in die Hand hat, wenn sie hochgeht, der stirbt halt. Und ich habe die verteidigt die ganze Zeit. Und ihr rettet mir doch hinterher wie Idioten. Ja. Super dumm. Ich sagte doch, Rosa, ja. Oh oh. Das ist cool, ich bin überall tot. Ich brauche mir eigentlich gar keine Mühe geben. Du kannst die anderen aber noch ein bisschen. Ja, ja. Die sacken. Oh nein, ich bin nochmal gestorben. Nein, boxt er mich hier raus, der Cloud. Da werde ich auch verrikt. Oh, cool. Ach, Cloud ist das. Nein. Ich dachte, das wäre der Bot. Der, der Ding ist doch der Cloud. Der, der Weiße ist Cloud. Ja. Ach so, wow. Hier, hier, nimm. Hallo? Cloud ist schon tot. Der ist der Geist. Ach so. Kann der nicht, ach so. Nee, kann der nicht nimm. Das ist nicht ungewiss. Ja, genau. Auch wenn Meter tot ist, räumt sich ein Stein nochmal drüber. Ist das so? Wenn einer auf dem Boden liegt, nochmal drauf. Sorry. Immer feste Truff. Immer feste Truff. Da ist doch eine Mama zu schlagen. Nein. Oh, du Arsch. Oh, ich bin schon wieder überrascht. Ian, stirb! Schön, dass der Steinboden ist, aber nur zwei Sekunden ist. Hier, nimm die mal. Oh, ich bin gestorben. Ian, hat sie. Oh Gott, ist das nervig. Sorry. Sorry. Hallo, Vasco. Oh, power. Wow, schon wieder bin ich tot. Ich bin besser, ich habe weiter vorne dann gespawnt. Das ist ganz gut. Vasco hat gewonnen, dass er sich kommt. That's nice. Oh, wow. Ich hänge. Hatte Klauter etwa den Boxhandschuh? Was heißt Boxhandschuh? Ja, du kannst doch hier durch diese Würfel laufen. Ja. Da kriegst du halt irgendwie manchmal so ein Magnet, wo ich nicht ganz genau verstanden habe, was der genau ist. Und manchmal auch ein Boxhandschuh. Ja, ich habe eine Bombe und bin das immer selbst gestorben. Hier, ich habe auf dem Gebiet eine scheiß Bombe im Würfel bekommen. Wo soll ich denn hin damit? Oh. Boxhandschuh, Boxhandschuh. Ich habe jetzt voll Reinhard im Kopf, die ganze Zeit. Was go that? Das Tier. Ja. Oh Gott, ich habe zwei Punkte oder so. Du müsstest gleich mal einstellen, dass ich nicht so schnell wechsel. Habe ich das mal gewonnen? Oh doch. Vielleicht. Obwohl, Klaut. Obwohl, leck mich. Was go? Ohohohohohohohohoho. Wow. Heftig. Je. Ja. Da wird aufstehen. Den haben wir mal auf Platz. Letzter. Imi. Ja. Hallo, meine Hübsche. Das Körstein mir. Ihn jetzt auf dem letzten, obwohl er von ihm gewonnen hat. Ja. Vom Hero to Zero. Wisst ihr, wir müssen noch einmal üben, schon sind wir voll dabei. Sollten wir es vielleicht mal umstellen, oder? Ähm... Da müssen aber alle raus. Das geht sonst nicht. Hm. Hm. Das ist ja schade. Obwohl, kannst du nicht hier einstellen? Hast du nicht Einstellungen, irgendwie? Als Button? Nö. Okay, dann ist das nämlich meine Lobby. Dann bist du irgendwie meiner Lobby zufällig zugetreten. Ah, okay. Ja, dann kannst... Pass auf, ich kann auch Wechsel... Also es gibt Wechselmodus Chaos, beliebig und linear. Ja, linear heißt halt, ähm... Äh... Ja, wie gesagt, dass halt nach... Wenn die Runde fertig ist. Das habe ich jetzt mal eingestellt. Ach so, ja, probieren wir mal aus. Ah, du coolen Charakter, Vasco, ey. Ja, ne? Das habe ich nicht ausgewählt. Hatte ich den gewählt? Warum muss das? Äh... Geändert? Ach ja. So, rosa! Ihr habt denselben? Ja, ich sehe es auch gerade. Ein bisschen ungünstig jetzt, aber... Alter, fickt euch, ihr Spastis! Ihr in der Hand müsst uns schlagen. Ich bin deine... Keiner hat gewonnen. Alle tot. Wo bin ich? Da. Mein, der Steiner, bitte, 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 bitte... Runter, 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 runter! Beweg dich! Kannst du nicht schneller? Das stimmt mit dir nicht. Du bist ein Paar vieler. In rosaren Klamotten Stoppt, Ian! Achso stimmt, das Level geht ja bis zum Ende, oder? Ja, das Level geht bis zum Ende Ich bin auch da, ich bin auch da! Wer ist denn da so tief gefallen? Ich! Wer baut denn da für mich mit? Meter! Ich hab mich grad ein bisschen bei dir reingezackt, tut mir leid Sorry, ich bin grad ein bisschen... Oh, huch! Wow, ich bin explodiert, weil ich ne Bombe hatte Ja, das meinte ich nämlich Dabei war ich so weit vorne Alter! Ich ärgere wen anders! Mist, Stück! Wer denn? Alter! Alter! Boah, piss dich, ey! Die sind alle schon tot, geh mir nicht auf den Sack! Klaut du ab, ey! Ich glaube, ihr alles Boah, kann einer richtig auf den Sack gehen? Das ist ja wahr! Boah, Vasco, du Arsch! Entschuldigung! Das hat mir im Nachhinein so leid getan gerade! Hat seine Mutter getötet? Nein! Ich wurde von Cloud tötet, glaub ich Ich hab dich gerechnet! Was?! Wieso bin ich tot? Ich war der Beste auf... From Hell hier! Ja, anscheinend ja nicht! Oh! Oh oh! Flieg nicht in die Luft! Cloud hat die Statue! Lass sie ihm! Du hast einen Dracht Prögel verdient! Söhnchen! Oh nein! Hilfe! Ah! Rett mir hinterher! Nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Oh wow! Er hat mich mitgenommen! Er hat mich mitgenommen tatsächlich! Wow! Was sind das eigentlich für Würfel, die man hier einsammelt? Ich helf dir mal ein bisschen hier! Dankeschön! Du bist nett! Ah! Ah! Hä? Ich bin... Muss man da noch was drücken? Ach Ian, du Stück! Ich glaub nicht! So Ian! Jetzt mach ich dich fertig! Lass sie! Lass sie! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ihn, du Stalker! Oh, die hat eine süße Nachricht! Was anders nicht? Nein, meine! ich verstehe den modus nicht die meisten gesammelt auf und springen wer auch immer geld nicht hochgekommen ich bin ich bin von in deiner flamme bin ich kaputt gemacht worden aua ach da ist guck mal da sprüht was feuer alter ich bin so dumm für hoch hallo hau ab die scheißplatte nicht gesprungen ist gestorben die springt noch nie also man da wäre ich gelost diesmal klaut aber nicht kaum nämlich eine göttin läuft es bei mir ich habe neue waffe nudelholz eine brokkoli anomalie was eine brokkoli anomalie die kannst du jetzt nehmen braun ich glaube mein eduard wurde für diese kodisierung des schlachtons genommen das kann sein aber ich wusste auf jeden fall erst waffe richtig auf jeden fall das nudelholz aus das tauchen mit dem nudelholz auf was wo ist das aber kurz wo ist das wo ist das von gandalf wow nudelholz gutes holz und claudisches schlägt im rohr zu ja hey du da melde den hätte ich in seinen stream das dann ja gern geschlagen wer nicht komm ich rein höre ich nur ibeams das ibeams das ibeams das ibeams schwul du hast angefangen zu boxen ganz viele blöcke kommen ach ich bin so ein dummes stück scheiße das ist unglaublich das ist der brokkoli ja der ist es nur um Feini zu verarschen Lothar äh Darn ja was wo schlag ich doch ich versuche dich zu helfen du schlägst dich weg ach so selber schuld das Feuer man ich war ja schon tot laufend springen wir müssen es halt immer gegen cloud verbinden weil er ist ja immer der stärkste auf dich wenn ich da wieder runtergefallen warum wer ist P4 der geht auch immer voll ab P4 ist ihr P4 ist ihn ja ich bin runtergeschlittert ich bin geschlittert bist du dumm alter das ist so ich möchte euch noch töten kein warf zu du Lackboy links kommen kann ich hab mir gerade gedacht wow das war wirklich blöd jetzt alle Hallo Fasco! Nein! Ich glaube das ist auch noch am Leben gewesen. Hallo Fasco! Das hat dir gerade vorher geschnitten! Mario Soundtrack da drin? Oh nein! Alter! Ha! Ha! Ian! Du Idiot! Das hat so ein bisschen was von Reise nach Jerusalem. Du Luckboy, du Kleiner! Wer? Du! Was ist das denn? Weil ich dich gerade weggesprengt hab und einfach ins neue Licht reingesprengt hab. War's Russmatsch? Ich lieb noch. Oh oh. Alter! Alle? Nee. Aber ich sammle kaum Punkte. Das ist so ein bisschen... Wow. Puh, yeah! Was Gott überlebt? Selber Schuld, Arschloch. Du hast mich rausgekickt. Ich dachte, du warst schon lang tot. Aber das hat mir glaube ich nichts gebracht. Ach, schon vorbei. Alter Cloud! Übertreib's doch nicht! Ich glaub wir kicken Cloud jetzt mal. Wow, ernsthaft. Da ist aber jemand wieder OP! Weißt du, sogar bei dem Spiel ist er. Immer! Überall! Wahnsinn, ne? Ich bin noch gar nicht so gut. Du würdest damit sagen, das ist einfach nur eine Scheiße, oder was? Ja! Ich glaub das schon ein krasses Scheiße. Auch wenn Megatod ist, rollt ein Stein nochmal drüber! Hab ich grad gelesen. Wow, ich muss grad sagen, das hab ich aber schon vor einer halben Stunde vorgelesen. Gibt irgendwie auch ein Spielmodus Party und ein Spielmodus Arena. Ich hab doch gar nichts gemacht, sagt Cloud. Ja, ich weiß nicht warum Shark sich so angreift. Ich mach mal Spielmodus Arena. Keine Ahnung was das ist. Oh nein. Wir werden's sehen. Das ist eine Schreibmaschine! Wow, was macht er denn? Das ist wirklich eine Schreibmaschine! Oh! Ähm... Ähm... Fuck dir, warum steht da oben? Das ist doch so. Na, lass mich nicht zurück! Ah! Immer dieses scheiß Feuer-Ding! Ficke die Fuck-Fuck! Fickity-fuckity-fuck, fickity-fake. Fack, 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 fack. Ach, scheiße, auch schon. Was? Da war eine Flamme. Ich konnte das nicht sehen, weil ihr so scheiße langsam seid. Das ist doch unglaublich. Ja, ist klar, war's gut. Hey, wupp, wupp. Ich war vorher ganz hinten. Ich möchte das betonen. Ja, deswegen war das für uns auch so scheiße schwer. Und buddelt. Geh weg, ihr Cloud, verpiss ich. Ja. Ja. Wie der Penner meinen gegrabenen Weg nutzt. Was ist denn das für ein Arschloch? Ja, so wie du, ne? Ja, aber wir sind in einer Beziehung. Ich darf sowas. Alter, ist das tief. Nicht so schnell. Alter, bist du Sharks bei Oberrotterwachen, bist du so on fire. Alter, ich glaube, ich will mir da auch mal ne Axt zulegen. Mit meinem Stab kriege ich's irgendwie nicht geschissen. Sorry, Sharks. Ja, 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 steckt da der Zorys sonst vorhin. Ey, buddelt kann Ian ja, ne? Wo ist denn Ian? Da. Ach, er ist das? Deswegen bin ich ja gestorben, weil der so schnell war. Achso. Ne, wie gesagt, ich muss noch mal ne Axt. Ah, der Magnet zieht dann die Dinger an, die Punkte-Dinger. Ja, ist das super. Gibt eigentlich Sinn, ne? Der Boden kommt erst, wenn alle tot sind, ne? Ich bin's auf einer, oder? Keine Ahnung, wenn der Boden... Ne, der Boden kommt jetzt, guck mal. Tada! Ha! 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 Ich hab Ian abge... Abge... Bumst? Ja. Aber ja, das... Oh, hier, nimm mal einer. Ja, gib her. Guck mal, danke, Cloud. Ja, wenn er so haben will. Ja, ne? Aua! Ich hab' ich mal's rum. Äh, wow, warum hab' ich ne Bombe? Oh, hui. Das war knapp, oder? Bisschen. Voll, er hat mich... Er hat mich mit in den Tod gerissen, die Sau. Also, der Boxhandschuh ist echt so ein bisschen mein Lieblings-Item. Das ist nice. Oh, cool, ich kann schneller ran. Wow, wie der Gag nur in Resonanz kriegt, als wäre er ein Punkt-Punkt-Punkt-Tweet. Den Namen nenn' ich jetzt mal nicht im Stream. Auch wenn ich weiß, was da abgeht. Behalte die Scheiße bei dir! Nein, nimm sie! Nimm sie! Ich verpiss dich, Junge! Ja, du willst sie doch auch, du willst sie! Nein! Du, es ist ne schöne Statue. Nein, es ist nicht, sie sieht voll scheiße aus. Komm und schnapp sie dir! Alter! Gelbes Stück! Alter! Alter! Hallo, wir spielen zusammen, Freundchen. Das sind unsere Punkte. Die werden zusammengerechnet. Ich muss am Leben bleiben. Verpiss dich, Cloud! Schlapp dich nicht bis zum Brasilianer ein. Hab ich auch nicht gemacht. Ja, war gut. Nein, ich bin verbrannt. Toll. Cool. Ja. Ne, Auto an, Speyer. Nein, ich bin keine Taschenuhr. Oh nein. Was ist das? Was stand da? Wähle eine Seite. Oh nein. Ob du wirklich richtig stehst? Richtig geht, siehst du, wenn die Knappen... Ich falle gerade rüber! Nein! Ich falle gerade rüber! No! Oh, Mann. Tja, Meter. Haben wir uns wohl die falsche. Ich stehe noch. Ich bin doch rüber gesprungen. Ja, Masco, wir haben auch falsch. Nein, ich laufe. Ah, okay, ach, Schak ist... Ah, okay. Schak, genau. Schaks! Cloud, der Penn hat dich runtergekickt. Cloud ist auch ein... Ich hab ein Brokkoli! Hallo! Oh, da kam was noch rum. Oh nein, das ist laute Level. Also, Tüte wäre mit deinem Brokkoli stolz auf dich, glaube ich. Ja, bitte, ich hab Brokkoli. Oh, wow. Die Steine fliegen so unecht. Hey, die Physik Engine ist super. Bisschen Kassen. Alter, Alter, du hast so viele Stones. Stones. Bisschen wir alle wieder Stones, oder was? Pokémon, komm, schnapp sie dir. Ernsthaft? Ich hab so wenig Geld. Oh, was? Du musst drei! Oh, vier, fünf, oh. Was war da los? Hast du mitgespielt? Äh, nein, 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 mein Controller ging nicht. Hattest du so einen Disconnect? Hattest du so einen Disconnect? Ragequid. Mach mal bitte... Guck mal, du kannst Kingdom Hearts spielen. ...Unendlichkeitsschlüssel des Schicksals. Mach mal bitte diesen... ...Unberechenbar-Modus, würde wie der heißt. Chaos. Chaos, wieder, okay. Habt ihr die Münzen aus Sharks gehauen? Was heißt wieder? Aber was war jetzt anders im Gegensatz zu vorher? Weil vorher hatten wir ja den Arena-Modus und das war jetzt... Nee, Quatsch, vorher hatten wir den Party-Modus und jetzt hatten wir den Arena-Modus. War da ein Unterschied? Habt ihr einen gewerkt? Nö. Ich denke mal, vielleicht, dass man gegeneinander mehr Münzen raushaut oder so, weil das ist ja passiert. Hast du den Modus schon umgestellt? Ich hab wieder Chaos angestellt, jo. Aber da steht noch Spielmodus Party. Ich verstehe die ganze Zeit da. Oh, geil. Ja, das wird dann auch nicht... Was heißt wieder? Was hat man denn beim allerersten Mal? Ähm, bei meinem Verhandeln hatten wir Party. Eigentlich hatte ich jetzt auf Arena gestellt. Okay. Ich verstehe es auch nicht ganz. Es gibt doch... Ja, verstehe ich. Ich muss gleich mal gucken. Vielleicht machst du danach auf dem Lobby auf. Wie auch immer das geht. Wir müssen alle raushalten. Ja, klar. Schlag mich nach vorne. Oh, du Fickstein! Das entscheidet sich zwischen Cloud und Mia. Nö. Okay, das entscheidet sich zwischen Mia. Mia wäre es Mia. Scheiß steht also auf 6. Ja, total. Wer tut das nicht? Du kriegst ja Punkte, wenn du die hast, ne? Schon klar. Hä, wieso nimmt der das nicht? Wie gebe ich das Ding denn ab? Ich verstehe das nicht. Bist du dir sicher, dass du... Also, du musst es schon behalten, aber nicht zu lange irgendwie. Ich kick das ja... Ich kann so viel gegenlaufen, wie ich will. Hä? Ich hab mich ins Rad genommen. Ich verstehe das nicht. Wow, da hat die Bombe wieder zu mir gekickt, die Sau. Wow. Oh, danke. Na ja. Wow. Wow. Alter, wow. Verdammt. Da sind wir sinken. Och, Mann. Mia kann fliegen. I believe I can flee. Ian, mach ihn down. Ich schmeiß mich ja nicht mal runter. Schwäfelbeck. Sex ist auch nur eine schlechte Version von Soft Ice. Kennst du Eis am Stiel? Ich werde auch meine Leiche runterzukicken. Oh, ich bin verbrannt. Alter, der... Oh, ich auch. Ja, du bist genau... Ha, Meta. Oh, boah, ich stehe auch auf der Kante. Ich bin doch schon am Tod. Ja, klar. Ah. Was, guck? Wer hat mich schon wieder runtergekickt? Welche Drecksau war das denn bitte? Wir werden mal aufhören, immer auf die einzige Frau hier in den Runden zu gehen. Wir gehen doch gar nicht auf ihr. Wow, du fängst dich ja Schläge ein, Freundchen. Schläge. Au. Boah, was? Du Arsch! Du Pisser! Ich dachte, ich gewinne dich mal. Ich hab mich nicht gefühlt, als würde ich gewinnen, aber okay. Aber ich glaub, Party und Arena ist vielleicht, unterhärtet sich vielleicht durch die Anzahl der Runden oder so. Weil das waren jetzt wenig, oder? Endlich wieder geschlagen. So verdient. Danke, Dota. Aber was? Nein. So, alle mal rausgehen. Jo, alle mal rausgehen, Meta gemacht. Aber keine Ahnung. Starr angesagt? Aber Dota ist bei mir grün, ey. Wechselmodus. Dota ist bei mir so, keine Ahnung, dunkel orange. Ja, ihr seid bei Meta im Chat auch, aber bei mir ist er grün. Ich hab ihn jetzt mit Dan verwechselt. Leg dir mal eine Farbe fest, Mann. Ja, eben. Das geht für mich. Ist du schon in deinem Lobby drin? Ja. Alter! Okay, dann sollte ich ja eigentlich... Was denn? Wie geil die einfach aussieht, guck dir die doch mal an. Jetzt bin ich bei dir drin, genau. Also in deiner Lobby. Guck dir das mal an. Okay. Oh, wie toll die aussehen. Jetzt bist du wieder raus, oder? Äh, nee, bei mir steht noch reserviert. Oh Gott, ist... Ich nehm... Ah, jetzt, ah, okay. Den Schlüssel. Ist die hübsch? Ich werd sie zwei gleich nicht sehen, aber ich muss sie gerade mal benutzen. Oh, cool. Ach ja, warte. Ach komm, ich nehm' pink. Hallo. Ich wollte wieder raus, ist bereit. Nudelholz des Planierens. So, noch mal. Oh, mir, du hast mich mit dem Level schon überholt, ne? Was, wo bin ich? Oh, je. Juhu. Und ihn haben... Und ihn hoch. Trial, fertig. Da gibt's ne Zeit oben. Sag mir das, Tom. Hab ich doch schon direkt am Anfang gespielt, das gesagt. Extrem am Minispielmodus. Was hab ich denn jetzt für ne Waffe? Oh, oh. Ach so, ich bin jetzt... Extreme. 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 Ich hab'n Toxon-Ju. Extreme dinosaurs. Boah, die ist kaum zu sehen in diesem Level. Die hat einfach die Farbe der Steine. Sehr ungünstig. Was? Oh, guck mal, selber. Lollolloll. Das ist ja mit dem Level nochmal? Ja. Wir sind in den ganzen Abend hier. Oh, wow. Ich hab'n Regenschirm, glaub ich, ne? Huh! Ha! Ha! Huh! Ha! Sauheur Rums! Hä? Das ist jetzt überall das Gleiche irgendwie. In wir. Das ist bestimmt das Easter Egg. Minispiel Wahnsinn hieß das doch, oder so. Mhm. A-U-T-A! Ja, guck mal, da steht doch... Da steht doch... Oh, wow! Wie blöd! Wir haben an Easter Egg gefunden... Irgendwie. Ah! Da bist du an die Schuss dran. Das war ja knapp. Tch! Was kommt jetzt? Ah! Steiner! Steiner! Platz! Steiner! Au! 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 Was? Hashtag unverdient! Wir müssen den Pinken ein bisschen mehr schlagen. Der hat ein paar zu viele Punkte. Nein, nein. Der hat zu viele Punkte. Schon wieder? Der Pinken schlagen. Der hat zu viele Punkte. Oh, der ist tot. Ja, hier bin ich tot. Auf diesem steinenden Platz bin ich tot. Auf diesem steinenden Platz. Tötet Basco. Dann erst den Spasco. Nein, was... Wow! Boah! Du Pinker Lulatsch! Ey, du gehst mir so... ...auf den Hoden, ey! Unglaublich! Ah, verdammt! Boah! Da ist Kristallhülle! Da oben ist doch Kristallhülle! Äh, äh... Wo bin ich denn? Oh, oh, oh! Oh, oh! Da stehen wir jetzt ein bisschen ungünstig. Der kommt nämlich grad ein Stein geflogen. Könnte sein! Weg! Weg hier! Echt mal! Meine Münzen! Ich zeig euch gleich ein echtes Eis am Stiel. Wow! Steht alle auf, klaut! Der hat die weißen Punkte! Da steht der Penner! Los! Oh, oh! 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 Das Handel! Oh! Oh! It's Loot Time! Oh, ich bin den falschen Weg gelaufen! Ich basse da gut! Hallo, was ich vermutlich ging! Nicht auf mich! Auf Cloud! Wer ist denn Cloud? Der dunkle! Der dunkle! Der dunkle! Der dunkle! Der dunkle! Ah, bei der dunkle! Nur weil er schwarz! Alter, Pink! Du bist auf den Sachen, ne? Ich glaube nur einen Schlag! Ich sehe nichts mehr die Felsen rastloser runter! Oh, die klingt so süß! Wiechen, so wüsste ich! Wisst ihr was ich schon lange nicht mehr gesehen hab? den stein an dem platz ja ding 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 au fack 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 hast du ein bisschen hier weg nö dann stirb alter kommen ja auch dunkle steine runter tschüss Asgoth schubst dich mal ein bisschen mehr bin ich gestorben oder bin ich gestebt äh oh schuldigung nein ich hasse das man klaut das ganz alleine einen anderen klauen kann sorry fack ich sorry das ist wie mei ne wenn sie irgendwo eine eisbahn bin sess sorry was goh du kleiner oh ich hänge hier fest oh nein oh oh äh ungünstige ecke hau hau hashtag cloud schlägt nein kristallöle oh sie ist wieder lebendig jetzt mal schön alles einsammeln dann aufeinander einkloppen wieso gehts eigentlich immer auf deine mutter bist du das achso kristallöle oh wow wir hatten da ne bombe gehabt außer cloud wie wir so schön locker da hingehen ja alle schon tot wie seid ja dumm dann kann ich mir Zeit lassen ja alter oi sorry ja cloud ist tot alle happy glücklich oh scheiße oh scheiße weg 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 ich hänge hier ein bisschen scheiße fest ich muss hier oh wo bin ich wo bin ich geweckt grün alter im überfordering im überfordering ich hab überlebt ich hab überlebt ich komme jau bin ich auch tot oh hier lebe ich noch noch wie gesagt wer hat überlebt es ist unklautlich es ist unklautlich und hier lebe ich noch ich hab nur acht punkte insgesamt heute hab ich eigentlich verarscht hier hab ich gelebt ich hab überlebt ich hab auf die falsche figur geachtet wie komme ich da durch lol oh hier lebe ich noch zählt das jetzt nicht mehr weil ich zu langsam war oh ooh ooh oaaa aaaaaaaaaaaaaaaa huh lass mich durch cię ich- START ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ihin nein oh. impact PI they can say Eine What the f**k oh man Ich bin halt mit Leib und Seele dabei. Hallo, Beach Twitch. Hey, Bienchen. Hi, Bienchen. Wow. Wow, Dota. Wow. Und ist nur fast? Ja, ja. Meta hat gerade gedappt. Wir müssen ihn rauskicken. Wow. Naja, wir haben noch keine 92 Uhr. Oh. Sorry. Mauja. Sorry. Sorry. Buh, 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 ja. Also die Eute sieht zwar echt sehr hübsch aus, allerdings sehe ich die Null. Juhu. So. Oh, Cloud. Wir haben ihn zu viel verhängt. Oh, Cloud ist weg. Rein, Cloud. Mach ruhig mit. Wer soll denn sonst gegen uns gewinnen? Yes. Ich glaube, ich bleib so. Muss leider raus für heute. Yes. Du kannst nicht sagen, dass du uns nicht gewachsen bist. Drei zack des Tauchers. So, ich mach jetzt mal auf, äh, Gandalf. Ich nehm jetzt Cloud. Mobbe Meta hab ich jetzt raus. Ja, Dota, du hast gestern die ganze Zeit E-Beams, E-Beams gesagt. Und du bist auch nicht besser. Ciao, Cloud. Ciao. Winke, stinke. Ciao, E. Echt, da komm ich ins Stream rein, ne? Keine zwei Sekunden drinnen und dann E-Beams, das 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 E-Beams. Ich hab mich in meinen Charakter verknallt. Wow, okay. Ich hab grad kurz vergessen, was für eine Farbe ich hatte. Ha! E-Beams, ein Intellekt-Kluge Person, ja? Mhm. Sorry. Schade. Loll, ihr Pissenhelden, kann doch nicht wahr sein. Oh, Vasco. Was denn? Ich schmeiß dir ein Bömschen einfach zu dir. Flavine, das ist auch... Das Leid. Wird zu viert jetzt bestimmt ein bisschen angenehmer. Nichts, wenn Vasco dabei ist. Ah, ne, ihn ist der Grüne. Ach, ihr... Ja, ihn ist der Grüne. Ach, du Pissen. Peter, wir müssen zusammenziehen, du weißt. Oh, am. Ich bin doch tot, das was du machst. Doch, ich, ne? E-Beams, ein Diplom in Intellekt-Klugheit haben. Wird nicht besser, ne? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin tot. Ja, ja, nur noch die beiden. Ich hab ihn rausgeboxt. Ja, musst du noch den Goldbuch holen. Hab ich. Glückwunsch. Uh. Nice. Danke. Freut mich. Schön. Ah! Oh. Hm. Geteilte Freude ist halbe Freude. Oder so, irgendwie war das doch. Ich glaube, 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 du kannst mit nichts Leute mittlerweile so gut triggern wie mit E-Beams. Da reagieren die Leute so teilweise so, dass sie selber schuld sind, wenn Leute es übertreiben. Weil, das ist wie immer. Weißt du? Wenn man genervt davon ist, machen es die Leute gerade, ne? Junge, wer ist denn so schnell? Me. Me. Eine Seite. Die dunkle? Die stehe ist. Eben war es die eine. Ich nehme auch die hier. Aua. 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 Yes. Richtige Seite. Wuhu. Tschüss. Aua, du kleiner Wichser, Ian. Du Arsch. Die Kackzau hat mich runtergekickt. Was für ein Ficker. Oh. Wow, toll. Ich bin in den Stein reingerannt. Ich stehe zwischen zwei Steinen. Das ist nicht gerade gut. Wow, ich gucke die ganze Zeit auf. Also, Ian, dass du grün genommen hast als Farbe, ist nicht so gut für mich. Ich gucke nämlich laufend auf Ian. Ian Wichser, Rask. Ja, Mann. Du bist voll der Wichser, ey. Wow. Guck dir das an, der geht die ganze Zeit auf mich, die kleine Drecksau. Da. Keine Beleidigung, mein Spiel. Oh, doch. Oh, ich bin... Nein. Ich werde den so krass beleidigen, dass er heulen zum Mami rennt. Oh, ich bin ins Eiswasser gefallen. Helf mir mal was, wir machen mal mit ein paar Steine. Ja, mach ich doch. Wow. Hat die gebracht. Mhm. Wo bin ich? Oh, das kräftig. Miau. Das ist so laut abgeworfen. Ihr habt so lustig quietscht. Ja. So cool. Verpiss dich, Ian. Das ist mein Weg des Glücks. Ich bin jetzt auch bei dir. Ich helfe dir. Loil, mitten in der Luftsack matcht. Loil, was? Alter, das ist doch nicht wahr. Ich bin mitten in der Luftsack matcht worden. Boah, Ian. Ey, wir müssen Klaufe reinhauen. Ian, Angeber. Wasco, wir müssen auf Ian gehen. Ich geh die ganze Zeit auf Ian. Also Ian. Auf Ian. Geh auf Ian. Das ist anstrengend. Tötet ihn doch mal. Ach, ich bin ja lila. Mann. Oh, was ist das? Oh, oh. Verpiss dich. Ian, du Hundepisser. Los, hab es. Sehr gut. Was hast du eigentlich mit Hunden? Ich weiß das nicht. Oh, Ian, steig. Ian, steig. Aber er kommt nicht an mich ran. Aber komm mal, Meta. Bei uns war es eng. Eben war es enger. Ist das von demselben wie Move Odai? Ich glaube nicht. Nee. Ich weiß es aber nicht. Ich glaube nicht. Eine Chat-Integration wäre jetzt noch nice, ne? Das fehlt halt, ne? Er hat auch Klipp gemacht. Self-Distruktion. Destruktion. Ich krieg keinen neuen Charakter. Of course. Ihr habt recht, ich nehme lila. Of course. Nein, das ist jetzt aber... Ah, warte, warte, du hast lila. Ja. Äh. Das dunkle Braun sieht man auch ganz gut. Das da. Ja, ist das. Das hat er klaut. Das bringt Glück. Wie klaut hat er das? Ja, das hat er beide gehabt, ne? Ich hasse Ion jetzt schon, ey. Ich wollte nie wieder mit ihnen Overwatch spielen. So verhasst bin ich gerade. Oh Gott. So wieder extremer Minish. Oh Gott. Oh Gott, jetzt immer das. Das ist aber ganz cool, Lios. Licht. Am Ende des Tunnels. Ich bin schon tot. Blau ist tot. Ja, irgendein Dreckschwein hat mich schon wieder gekickt. Was? Ion, du dreckiger Pisser. Wir verbinden uns jetzt gegen Ion. Das wird lustig. Nur dieses Spiel, Frau. Mein Licht, mein Licht, mein Licht. Du dreckiger Pisser, Rask. Wo auch? Kann ich Kuh erspringen? Alter, der Ion geht absichtlich auf mich. Immer auf dem Streamer. Oh, Vasco. Wehe, du kriegst mich jetzt. Okay. Macht er das nicht sonst auch immer? Oder nicht, dass Mami böse wird. Ich bin tot und ich hab's gemacht. GT. Bombe. Nein, da bin ich hingekommen. Du, sagst nicht auf mich gehen, du Arsch. Geh doch mal auf den anderen, Mitter-Smiths. Alter, Blau, willst du mich verarschen? Was denn? Ich hing fest, weil irgendein Sau mich in die Wand geboxt hat. Ja, du hast doch das Box... Nee, Ion hatte das Box nicht. Nein! Wow, hast du's gesehen? Du Arsch. Du hast mich doch in das andere Fenster geschobst. Du hast mich rausgekickt. Also reingekickt eigentlich sogar. Oh, Bombe. Ha, Ion. Tschüss, Ion. Heute gibt's Ion-Saft. Ion-Saft, das klingt... Ich weiß nicht. Ist er das extra stehengeberlieben? Weil er nicht mehr möchte, weil wir ihn so angreifen? Ach, ich bin schon tot. Wieso gebe ich mir auch Mühe? Oh, was besteht nicht im Licht? Ich stand im Licht. Wer ist denn dann Lila? Wer du? Ich bin Lila, ja. Ich stand doch im Licht. Boah, wie... Ion ständig mich schlägt. Man schlägt keine Frauen, du Arschloch! Was? Pack mich nicht an mit deinem Stab. Das kann ich doch wissen. Ja, das ist noch schlimmer. Dreizack hast du, oder? Ja, ich habe jetzt einen Dreizack. Ich hatte voll ein Nudelholz. Alter, was bist du denn für ein Arsch? Entschuldigung. Hä? Wie hast du das überlegt? Das frage ich mir. Ihn stand doch nicht im Licht, oder? Du standest nicht im Licht. Ich bin doch... Ich bin Lila. Ja, aber wie hast du... Du standest gerade nicht im Licht? Du standest nicht im Licht. Hallo. Kannst du kein Deutsch? Bei mir stand ich im Licht. Nee, du nicht. Du standest im Licht. Okay. Das ist seltsam. Oh, oh. Lass mich da in Ruhe, Ian. Geh ich weg. Alter. Habt ihr es noch? Ich hab ihn von dir weggekickt. Ja, der Ian, meine ich. Habt ihr es noch? Ja, Ian ist Mehrzahlman. Alter, das ist doch knapp. Du hast mich getötet. Ja, tut mir leid. Das war ein Reflex. Oh, wir arbeiten zusammen. Ich hab nur gesehen, da kommt einer. Oh, wow. Ich stand mittendrin. Okay, das hat wieder Ian. Verdient. Verdient. Na, nein. Ich verd... Oh. Es sind doch nur noch wir zwei. Also, einer muss ja sterben. Also, hier gewinnt ihr... Danke Ian! Danke Ian! Du hast mich getötet. Du warst mich aufnächst. Ja. Ist ein bisschen behindert, dass man als Geist noch was machen kann, ne? Ja, das ist richtig. Nein, das ist halt... Naja. So, damit man noch ein bisschen piksen kann. Ihr steht schon wieder nicht im Licht. Wir standen beide im Licht bei mir. Nein! Dann ist irgendwas bei euch anders. Bei uns? Alter. Das war ein Reflex. Tut mir leid. Das geht doch Wahnsinn. Ich hab jetzt echt dich verwechselt. Oh, dann habst du im Glück ja noch. Oh, ich war zu gierig. Ich hab wieder auf grün geguckt. Ich bin gerade einen Millimeter raus. Ich bin gerade einen Millimeter raus. Ich hab wieder nicht im Licht. Kraftlos nicht. Was, würdest du mich jetzt schon schlagen, oder was? Ja. Sammelt doch erst mal ein. Alter, eben verbinden. Du Pisser! alter jetzt kannst du nicht im licht und bist gestorben jetzt kannst du dich bei den geistern bedanken für den sieg schwein der junge synchronschrein und waskos nahtoderfahrung die quätschen so lustig ich mag das was du ab ins licht mit ihr ich bin doch nicht hier doch das ist bei mir licht das ist bei mir licht ja das wäre aber die stehen doch nicht im licht jetzt stand es unter der stampfer jetzt stand ich genau in der mittel was passiert jetzt das fies geräusch ich habe so viel geholfen nur deswegen hast du gewonnen level 9 behalt deine dose ist leer stell deine dose einfach weg stell sie doch einfach da drüben irgendwo hin ich habe hier auch nicht alle platz der welt ich habe irgendwas bekommen ich habe es nicht gesehen ja toll du dosenkopf heute muss ich meinen mund mit seife auswaschen schlafen gehen ja guck mal gerade habe ich einen neuen charakter gemacht das muss ich nehmen das muss ich nehmen das ja genau da also marios kolben quasi ich wollte gerade sagen ich höre es mario verarmen haua ich freue mich doch danke ja schlag mich schlag mich oder hier gib es mir mit dem pömpel zu plopp ich kann deinen mund jetzt gleich mit dem pömpel auswaschen damit kannst du unser waschbecken freien okay kann ich jetzt ins Bett ja da du hast dein soll für heute getan du darfst da wenn du morgen zu fiori wieder da bist fiori dota was ist treffen wir uns morgen in den oberhaus gott nein dota hallo antwortest du doch mal das spiel kann ihnen zu gut waschkoo was denn nein ihr du das ist so wahnsinn die waren ja nach einer halben stunde schon ausverkauft die 4000 jemand ohne tickets die sind die pokémon gibt es auch alle in ganz oberhausen ist auch scheißegal ach man hey ihr wollt immer nur zu hause wie richtige gamer eben ja ich brauche ich brauche mich ich brauche mich haut den lukas in das Loch jetzt geh schneller runter wir bleiben alle munter ich hänge ey was machst du da auf meiner seite ich hänge da ich mach dir den weg warst du cheatet was bin ich ok ich habe mich verletzt das ist boah du cheat spiel oh wie süß das ist aber auch stark sind die meisten bruder das muss mal eine 4-mal repräsentieren ne oh das wird wieder so laut oh der weg wird steigen dieser weg oh wow das wird kein leichter sein danke wenn ihr springt seid ihr ein bisschen schneller ne echt macht ihr größere sprünge wenn ihr springt macht ihr größere sprünge ja ihr seid vom weg her oh brauche komm ich wirklich weiter hm komm ich wirklich weiter hm oh lol ich komm von oben an ihr müsst einfach springen ja hier macht ihr bruder du sprünge aber wir präsenten alter ich bin gestorbt da 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 road to el dorado hast du als erfolg bekommen teufelsfälle ok ob ihr wirklich richtig steht seht ihr wenn ihr ihn runter kickt auch noch schön so rum springen wie die früher immer immer so hin und her nein nicht mich runter kicken wir sind die einzigen wir kriegen dieselben punkte du Arsch warum machst du das achso verstehe oooooh ist der doll nie ich hab es geschafft ich habe ihn getötet danke danke da kommt deine oma das heißt du bist perfuriger nicht da dota da hab ich ja kein boss schaffen warum ich habe irgendeine weggekickt beim nicht erstmal zu orientieren wo man ist ne Oh Gott, danke Wasco, dass du mir den Weg wegläufst. Gut, ne? Man sollte sich ja eigentlich nicht kicken, auf dieser kleinen Fläche, ehrlich gesagt. Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt... Ich muss über das einzelne... Oh nein, nein! Das schaffst du gegen ihn! Ja, komm! Du musst mich beschwitzen! Du musst mich lotsen! Dankeschön! Alter! Oh wow! Bist du tot? Was ich... Ich leb noch? I bims leb noch, oder so? I bims... I bims lebendig! Wo bin ich? Also da bin ich ja tot! Oh wow! Vorsicht! Er hat Bomben! Das war ich! Was? 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 Du bist grad zu meterlos! Du bist grad zu meterlos! Du bist seinen Weg gelaufen! Wo bin ich? Ja, wo? Was? Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Oh, neben! I beat you! Alter! 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 Wow! Was soll man das schaffen? Guck, da steht er! Da steht er, das kleine Schweinchen! Was? Guck gif' auf! Oh nein! Was? Wir... Ich nicht! Ian ey! Nein! Teufelsfälle! Schon wieder! Die sind teuflig gut! Eins, zwei oder 2! Nein, nein! spring runter und sind unten sind rubin Toll, jetzt habe ich mich eingemauert. Ich komme hier nicht... Nein! Nein! Ja! Ja! Habt ihr das hier unter euch ausgemacht oder dauert das noch lange? Wenn das Spiel mal bleiben würde? Wenn ich als Geist oben runterkomme und einfach... Wenn wenigstens mal Chaos-Dienen weg wäre. Alter, wollte ich mich verarschen. Und jetzt krieg ich doch nicht mal den Pott unten. Ihr seid doch schon alle tot, oder nicht? Ja, ja. Ja, hier, ja. Alter! Alter! Boah, Ian, du... Fall runter! Oh! Er ist runtergefallen! Ich muss runter! Gib mir mehr Pott! Nein! Alter, der ist kaum im Bild gewesen! Ja. Ich habe gewonnen! Wunder, 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 wunder. Wupp, 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 wupp. Aber das ist echt nice, das Spiel, ne? Alter, guck mal, wie viele Punkte ich habe! Freddy Penny! Juhu! Juhu! Welches, wenn ich spiele, meinst du, Casey, Dahn? Alle! Ja, alle! Wollt ihr noch eine Runde und dann Schluss, oder was? Ja, können wir machen. Ja, wann? Guck mal, das ist für Dahn. Genau, das haben wir für Dahn. Dahn, der dumme Lauch. Wir haben ein Stück Lauch bekommen. Ein Stück Lauch. Das ist ein Symbol für Dahn und eins für Ian. Das Laute. Dahn kocht und Ian ist ein Stück Lauch. Sorry, Ian. Hier, wo ist das Dach? Wow, Lauch und Brokkoli. Jetzt habt ihr Lauch und Brokkoli. Der Chef kocht kleinlauter Lauch. Oh, nein. Das ist das. Sharks, du blöde Kuh. Ich hab dich auch lieb, Dahn. Der hat aber es zugeschrieben, nicht du? Ich weiß, aber ich korrigiere es im Kopf eigentlich immer. I bims kein Lauch. Schnauze. Jetzt hör auf zu deppen, du Arsch. Ich verstehe diesen Modus nicht. Ich auch nicht. Du kriegst Punkte, musst aber das Ding eigentlich abgeben. Eh, der hat mich gesehen. Ich krieg das Ding aber nicht abgegeben. E-Beams, der Lauch. Oh, Gott. Aber du musst vielleicht schon schlau... Ich hab's jetzt nur noch auf... Ich hab'n Vasco nur noch auf ein Ohr. Okay. Ich hab'n Vasco nur noch auf ein Ohr. Nein! Ja! Ah! Warum bin ich nur noch auf... Was? Warum? Weil Sharks ins Kader so kommt es voll reinig. Hör auf! Oh. Ich hab'n die falsche Person geachtet. Ja, danke. Es hat Ding dir ihm gewonnen. Das Klau. Und das sind die Stellen, an denen wir die K... Nein! Nein! Diese Sorry geht mir auf den Sack. Kannst du mal die Fresse halten, May? Sorry! Lawine ist das... Ach, das war das. Das heißt, das Leid... Das Leid. Wir sollten uns hier nicht die ganze Zeit kloppen. Sondern? Auf die Steine achten vorher. Ja, und die anderen in die Steine schweißen. Das ist der Sinn. Ja, mach das, wenn die Steine kommen und ich gar nicht mehr davor. Ich kann gar nicht mehr am Hintergrund konzentrieren. Penis. Möpse! Oh, ist das kalt! Oh nein, ich stehe ziemlich scheiße. Ich hasse diese Sorry, ey. Da muss ich immer May denken. Sorry! 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 Boah, Meta, du hast mich gekloppt. Pass auf, wir sind jetzt in einer Strecke. Hä, wie kriege ich das Ding denn abgegeben? Muss er dagegen einlaufen? Nö, funktioniert nicht. So zum Beispiel. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Ich kann da hundertmal gegenlaufen. Das gibt nichts. Boah, Vasco! Hör doch! Was denn? Ich töte dich jetzt. Ich hab Schnauze voll. Oh Gott, ich bin tot, glaube ich. Oh Gott, ich bin tot, glaube ich. Da ist doch kein Spaß. Uh, ho, 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 ho. Uau! Oh, das ist doch ein bisschen schaum! So unangenehm! Ich würde sagen, ist er vorbei, der Modus. Wo bin ich, wo bin ich? Ich sehe das nicht. genau geht alle auf meine seite auf deine seite hier gibt es keine seite ich habe oben rechts gestartet ja und ja seid ihr dumm ihr wollt auch punkte haben oder nicht dieser modus der nervt da biegt sich schon der controller ja du musst du musst aber schlagen zum abgeben das ist mein trick oh nein ich bin beide runter gesprungen diese richtung gegangen jedoch in die andere richtung ich bin grad die andere gegangen jedoch machen die andere ich hab dich doch mal pusten lass die minen vorbeigehen die sind ja so anstrengend du weißt schon wie ich bin zusammen du musst mich die ganze zeit behindern ich helfe dir du penis tust du nicht du behinderst mich Ian kriegt es auch nicht abgegeben wo bin ich hier alter Ian ist auch da Ian such dir einen anderen platz wir haben keine beziehung sagst du sagst du tschüss Ian achso ich kann ja aber Ian führt mit einem Pump vor Vasco glaube ich wie der mich behindert ich komm doch nicht mal hier irgendwo lang wer ist er der werwolf der werwolf der werwolf ach die zähne oh scheiße die haben uns eingebaut ja dann lass dich doch mal hier raus was du du bist nicht geschafft nein er ist tot ich hab ihn zurückgehalten nein sterb ja der goldpot ist oben was ist das für eine scheiße du hast mich getötet du arsch du hast die bombe geworfen ich hab nichts geworfen doch du hast die bombe auf dich selbst geworfen ich hatte keine bombe doch du bist auf den doch du bist auf den würfel gegangen und hast eine bombe bekommen doch da sagst du auch noch stirb alter ja weil du die einzige bist die noch lebte tada das ist so ein schöner abschluss wir hätten ja auch teilen können du spacken wir kriegen die punkte eher am ende zusammen der pot war oben rechts wie soll ich denn da hinkommen schlags hat die bombe geworfen siehste das ist ja gut jetzt aua du hast dich heute schon mal weggesprengt siehste Ian hat das spiel verlassen wir haben ihn rausgemobbt jenes spreck komm noch schnell eine runde was achso ja nicht jetzt oh spielte schon aus äh ja danke tschüss ah schon lustig aber auch anstrengend mhm hat was auf jeden Fall ist geclippt danke nein die clips müssen wir uns ja schon angucken na gut guck ich kann mal machen wir doch hier was ist denn spieler ich weiß doch nicht mal wie wie da den titel überhaupt geschrieben hat ich hab grad schon geguckt ne ich vertraue ihm einfach Meta schlaf mit offenen Augen glaub Sharks hat was vor da ja Arunas meinst du na ich bin's mir nicht sicher au ist rotes eigentlich da nein schade leider nicht ok dann schreibe ich ihn privat an ja mach das so leute gute Nacht wer ist denn morgen bei Fugie dabei ich hoffe ich kann gut schlafen sonst glaubt Führer echt schwer ja das wird sich zeigen Führer wäre doch anders schwer meinst du also nach dem Bossen kann es doch nur noch einfacher werden nein erst mal gucken wie die Steuerung funktioniert tuch dann bist du direkt bei diesem Arsch noch was da Mixer seien da uh oh Gott ey wenn ich das höre oh Clam hast du eigentlich angeguckt das Video warst du zufrieden mit mir du bimst eventuell da das ist auch was was mich triggert immer 19 Uhr ne morgens 19 Uhr ja immer 19 Uhr 19 Uhr genau. Du kannst aber in den Events immer gucken. Vielleicht kennst du das gar nicht. Dann soll Fräulein mal bei uns in Discord kommen, da seht ihr das auch immer. Die ist im Discord. Ja, dann soll sie mal online kommen. Ja, da gibt es ja immer freundliche Erinnerungen, dass es ein Stream ist. Falscher Chat. Warum machst du das immer auf meiner Seite? Das da ist meiner. Da hast du die Events. Das schaffe ich vielleicht. Du hast den ersten Part auch gesehen, Ninoa, oder? Mit den drei Bossen. Discord, da war ja was. Lull. Noch nicht Xampbox. Bis morgen musst du es aber nachgeholt haben. Sonst verstehst du es ja gar nicht. Ich will Salz. Ja, dann brauchst du mit einer Motorrad. Gut, ich gehe offline. Ja. Danke. Tschaui. Gute Nacht. Tschau. Danke allen. Tschüss. Tschaui. Vielen Dank.